Guten Abend. Wofür eine Stadt ihr Geld ausgibt, bleibt grundsätzlich erst mal ihr selbst überlassen. Allerdings kann so eine Entscheidung dann auch für mächtig Ärger sorgen. In Barleben bei Magdeburg, da geht es um 300.000 Euro. Die hat die Gemeinde dem Zoo der Landeshauptstadt jährlich gezahlt, einfach weil sie es konnte. Doch jetzt sind die Gewerbesteuereinnahmen weggebrochen. Barleben braucht das Geld selber, unter anderem, damit die Kita-Beiträge nicht durch die Decke schießen. Es tut weh, wenn sie kommen und es tut weh, wenn sie verschwinden. Und dummerweise sorgen sie auch zwischendurch immer mal wieder für Schmerzen. Unsere Zähne, die sollten wir mindestens einmal im Jahr komplett durchchecken lassen. Und ab heute könnten sie das in Deutschlands modernster Zahnklinik tun. Heute wird die in Halle eröffnet. Und eigentlich könnten sie mal ganz schnell überprüfen, ob sie einen Termin brauchen. Weil wenn das nicht mehr geht, müssen sie hin, bevor es wirklich weh tut. Sonne am Tag und Kälte in der Nacht treibt den Zucker in die Rübe. So sagen es die Bauern und die müssen es schließlich wissen. Auch wenn wir beim Zuckerrübenwetter vielleicht nicht so ganz aufgepasst haben, ein untrügliches Zeichen, dass die Rübenernte begonnen hat, sind die vielen Laster auf der Straße. Ihr Ziel, die drei Zuckerfabriken im Land. Auch der Mais wird momentan von den Feldern geholt. Nicht nur für unser Popcorn oder als Futtermittel für die Tiere. Heutzutage allerdings kann der Mais wirklich weitaus mehr. Er liefert Energie, erneuerbare Energie, die sogar in vielen Haushalten genutzt wird. Nämlich immer dann, wenn der Gasherd angeschmissen wird. Die Flüchtlingsdramen vom Mittelmeer waren heute plötzlich ganz nah. Auf der Elbe bei Magdeburg konnten heute ein ganz besonderes Schiff gesichtet werden. Nach der Vergewaltigung einer 56-jährigen Frau in Dessau-Roslau sind vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Gegen die vier Männer aus Eritrea besteht laut Staatsanwaltschaft dringender Tatverdacht. Die 56-Jährige war vor einem Monat in Dessau am Schlossplatz vergewaltigt worden. Sie hatte dort Flaschen gesammelt, als die Männer sie ansprachen. Die Frau musste im Krankenhaus behandelt werden. Weitere Ereignisse des Tages hat Jens Keller für Sie zusammengefasst. Wenn man so will, war sie die NSA der DDR. Den Geheimdienst der DDR, die Staatssicherheit oder kurz Stasi, kannte natürlich jeder. Aber es gab eben noch einen geheimeren Geheimdienst, den militärischen Nachrichtendienst der NVA. Und der hatte eines seiner Hauptquartiere in Dessau. Gar nicht geheim ist die Sendezeit dieser spannenden Geschichte. 20.45 Uhr hier im NDR Fernsehen in der Reihe der Osten. Entdecke, wo du lebst. Was haben Insekten mit Erderwärmung zu tun? Eine ganze Menge, wie sie gleich erfahren werden. Dementsprechend wichtig ist die Umweltforschung in diesem Bereich. Am Helmholtz-Zentrum Halle beschäftigen sich die Wissenschaftler vor allem mit Schmetterlingen. Freiwillige sind jedes Mal auch bei uns gefragt. Jede Woche kann man schon fast sagen. Gemeinsam ranklotzen, anstatt lange rumquatschen. Das ist das Prinzip von Mitmachen statt Meckern. Und dafür brauchen wir natürlich auch Sie. Unser Team war in dieser Woche im Saale-Kreis, wo ein Projekt ewige Zeiten auf Eis lag. Na, mal wieder Nägel schneiden. Altes Faultier-Duo. Die sind putzig, oder? Diese zahnarmen Säugetiere. 15 bis 18 Stunden schlafen die am Tag. Kann man schon mal neidisch werden. Und ihre Babys sogar noch länger. Da brauchen Sie also ein gutes Zeitmanagement, um den neuesten Faultier-Nachwuchs im Zoohalle Hellwach zu erleben. Zwei Jahre wird sein Lauf um die Welt dauern. Wir werden immer mal wieder über ihn berichten. Robby Clemens wird auf seiner Tour mehrere Klimazonen überwinden. In der Gemäßigten leben wir ja. Und gemäßigt ist auch die Freude beim Blick auf die Wetteraussichten. Susanne. Durchhalten lohnt also. Und ich hoffe, wir sehen uns auch morgen wieder. 19 Uhr zur MDR Sachsen-Anhalt heute. Tschüss, schönen Abend für Sie. Tschüss, schönen Abend für Sie.